wo ist das? im Turm der Turm ist vor uns wir gehen jetzt da rein gehen dir, hier ist ne Chest ja nicht jetzt? ja keine Ahnung oben ist auch noch einer oben ist einer, lol die darf ich aber aufmachen ja nochmal mach auf aber erstmal und zwei? komm double warte, warte, warte die leuchtet, komm mal, komm mal die hat so n Dings, siehst du das? die hat so n Nebel, lol what the fuck, mach mal auf ja du musst Salz rüberschreuen, dann geht das auch warte, das bringt Glück ich hab kein Salz oh, 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 oh guck ihn dir an ey, kacke, ey, kacke, mach mit's mal ich mach mit's erst kacke ich hab's gemerkt, er hat nicht geschossen, deswegen ok, zurück zur Chest lass noch einer, noch einer, noch einer oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott die haben eine neue Lade die haben eine neue Lade die haben eine neue Lade egal, wir machen das andere erstmal auf los, 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 mach auf, mach auf ich trink gerade guck mal der Wichser, mach auf meine, meine, meine oh, weißt du warum, du hast kein Salz rüber gestrahlt Marno, verbiss dich oh, wow egal, die Nade ist ja völlig OP Marno, hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine Zone 25, what the fuck? oh lol sein Teammate, sein Teammate what the fuck? die haben uns zu Luke gebracht noch mehr ja up in this bitch ich will mal was ausprobieren was ist, wenn ich mir jetzt die scheiß Nade hinwerfe und dann hinbauen weiter oh, ich fand ja schade kommt's runter, oder soll ich dich runterbauen? nein, nein, bau hoch, bitte ok, man bekommt Schaden, wenn man runterfällt naja, mehr kann ich nicht kannst du's auch machen nein das ist so ein keck, ne, ich schwör please bro, I have Raygun BOWLING wollen wir BOWLING spielen? wer hat dich abgesniped? ich weiß nicht, war ein 115 er ist runtergesprungen oben, auf dem Berg ich weiß, ich weiß, die meinte ich ja 2 3 3 ich hab ihn nicht schüttgegeben yes hier ist einer bei mir, er schießt auf mich wo, wo, wo? einer hat irgendwo 300? eine Ahnung ja nach oben auf dem Berg what the fuck? was war das denn? seine Fresse wurde an der Krang gesungen richtig kacke da gebaut wir könnten das locker zum Einstotzen bringen, ne einer ist ein Busch in dem Busch hab ihn er war kein Busch mehr nein die verhalten sich gegenseitig ich hab ihn, einmal wollen wir pushen, Manu? ja, was pushen ist ganz langweilig ich will was mit der Nate machen die letzten sind auch noch da oben, glaub ich, ne die sind hier unten, hier unten, vorne, vorne, vorne ich will, ich will naden, ich nade, ich nade, ich nade mich es sind nicht der letzte es sind noch 3 weitere einer ist noch Single wo ist der letzte, Mann? für andere, denn? keine Ahnung aber lass den Linken killen, lass den Linken fokussieren Digga, wie viel Leben hat der? oh, hä? oh ich hatte dann doch einen weiterer gelebt oh scheiße ich dachte das war noch ein weiterer dachte ich auch ok Leute, wir versuchen jetzt den Haunting Hills Stein Angel Troll seid ihr ready für den Shit? ah da fliegt sogar einer hin ich glaub nicht, dass er dumm ist, weil er hat voll heftigen Moves gemacht ok, er ist da links er sucht mich wahrscheinlich, ich weiß es nicht ich weiß nicht, ob er gesehen hat, dass ich auch hier hinfliege wo ist der Motherfucker hin? oh mein Gott oh mein Gott, der ist da oben wo läuft der hin, Alter, was macht der? er joggt ich hoffe er kommt her wo ist der Typ denn hin? er kann doch nicht einfach so verschwinden oh mein Gott hä? also der Typ ist irgendwo hier in der Nähe, aber ich weiß leider nicht wo was macht der Typ? er ist einfach verschwunden oh geez, man oh man das ist some powering shit, man das ist einer das ist immer noch der Renner von Renner hab ich gesehen? er hat die Landung vermasselt er ich hab ihn umgebracht tötest als Troll oh mein Gott oh mein Gott nein was hab ich getan? ich hab ihn umgebracht wir müssen auf seine Leiche teabacken um ihn zu ehren oder dancen hier bei den Grabstätten zwischen uns irgendwo er schießt einfach hier er sieht dich oh fuck er hat dich gesehen fuck du hast nicht verrecken run nein die kommen warum sehen die dich nicht? ich weiß es nicht ah die wollen mich ficken lauf Jungs lauf nimm meine boogie nade wenn die mich töten boogie nade die sehen wir nicht die sehen wir nicht ernsthaft nicht aber mich sehen die 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 immer jungen er steht da oben es kann nicht wahr sein oh mein Gott was machen die da? die Re-Dots er denkt er kann es trinken ist das deren Ernst Junge? don't drink that bitch ich hab keine Bolitung neiiiin ihr sind nicht links glaub ich die gewinnen die sind auf dem Haus die sind auf dem Haus oh shit oh nein die haben uns gesehen die haben uns gesehen die haben uns gesehen er baut er baut warte über mir ich seh ihn ich seh ihn sieht er mich? er sieht mich nicht ok sieht er mich? KERLIN hinter über dir über dir über dir oh mein Gott sind das viele oh ach du scheiße wir gehen die Swootie sie kommt für mein Boot lauf Jost lauf oh ein Medepack nein nein du was dann warte ich oh ja oh neiiiin Junge du du musst scheiße oh scheiße oh mein Gott scheiße das sind von den Tryhards man lauf lauf Jost ha aah ha 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 13 gefinished kann er mit das Medikit die reviven sich gerade ja 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 lef die reviven sich ha 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 die reviven sich du bist ein Bastard da ist ein Track drinnen ja gib ihn oh mein Gott ha 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 ja okay Ich hab keine Muni mehr. Alter, die Geräusche. Könnt ihr euch hier besser? Nein. Junge. Nein, 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 nein. Du kleiner Hohan. Ist bei mir. Warum? Warum? Ich hab drei Schuss. Hast du ihn? Ich hab den Blade. Bei Dildo, bei Dildo. Ist das Pablo? Pablo war bei mir. Ja, Pablo, Dildo. Ich hab Blade, ich hab Blade. Ich hab Pablo gekillt. Jetzt warum tanzen? Hör auf, Jubel. Ich bin mit Klatschen beschäftigt. Oh, ich seh welche, die kommen. Es kommen welche aus dem Osten, hinter Dima. Nicht schießen, ne? Die kommen direkt auf Dima zu. Oh, die haben mich gesehen. Soll ich Smokes lassen? Vielleicht gehen die halt zum Bait. Tu so, als ob du hochbaust und so'n scheiß Monster. Die haben mich gesehen. Nein, 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 nein. Das ist doch. Die jagen mich jetzt. Ja, Just, drop einfach runter. Ja, ja, ich bin safe. Die haben wir nicht gesehen. Warte, 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 warte. Warte, der andere, der andere. Noll. Jungs, da sind drei. Fixie, Fixie. Nein, bei mir, Jungs. Nein, der ist los. Fixie. Fixie. Boah, ich war der OP-Bait des Jahrhunderts. Warst du auch, Digga? Hat am sowas funktioniert, Mann. Haben die den Schild überhaupt genommen? Nee, der liegt hier noch. Ohne Ska. Oh, der hat... Er ist bei mir auf dem Dach, ey. Ich zeig dir, wie man das macht, okay? Machst du dich auch? Ich will's nicht sehen, ich will's nicht sehen. Dann macht man so. Das ist der Erste. Und dann macht man so. Und das ist der Zweite. Nee, doch nicht. Komm her, Bitch. Er hat ne Papi. Nein, Manu, ich muss ihn pickaxen. Ich muss ihn pickaxen, aber... Du was?